Heute ist Michaelis Tag. Michael, ein Engel. Nein, sogar ein Erzengel ist Michael. Bekannt als Bezwinger des Teufels, deswegen trägt er oft ein Schwert in der Hand. Michael, das ist sozusagen der Boss, der oberste der himmlischen Herrscher. Ja, was Menschen manchmal zu wissen meinen über gottes himmlische Ordnung, verschiedene Engelskategorien. Na gut, aber Engel begleiten Wege. Wir haben hier auch Engel. Eine hängt da oben, eine ist in unserem Hauseingang und schaut beim Kommen und Gehen. Ein Engel, ein Schutzeckel, den hast du aber gehabt, das ist jetzt gerade noch mal gut gegangen. Oder, nee, das ist jetzt nicht gerade noch mal gut gegangen, aber ich bin durchgekommen. Ich habe angefangen, neu nachzudenken. Alles das, das sind himmlische Momente. Und das sind Begegnungen mit guten Gottesmächten. Und man hat sie Engel genannt. Also euch allen in dieser Woche viele gute Engel. Auf allen Wegen. Auf allen Wegen.